leute nun passiert genau das was viele von euch von ubisoft erwartet haben tatsächlich wird der delay von xdefined wohl noch ein stück länger sein das heißt der release von xdefined wird wohl nicht der 17 oktober werden auch wenn das nicht klar in den details die ich jetzt für euch habe klar dargestellt wurde mark rubin hat sich vor wenigen minuten auf ex zu wort gemeldet und hat folgendes gepostet ich übersetze euch das jetzt nicht ich spare mir das aber im groben bedankt er sich dass bei diesem public test session gedöhnt was vor ein paar tagen oder von paar wochen war so viele mitgemacht haben was neue erkenntnisse zum spiel gebracht hat es läuft alles relativ gut aber es sind dennoch ein paar sachen aufgetaucht die unerwartet waren die gefixt werden müssen und sie wollen möglichst ein xdefined release was nahezu perfekt ist wie lange das jetzt noch auf sich warten lässt das müssen wir tatsächlich abwarten da ich jetzt eine menge hate unter diesem video erwarte nicht gegen mich ich kann ja nun mal nichts dafür das hoffe ich zumindest dass der hält nicht gegen mich geht aber der hält gegen das spiel da wird wahrscheinlich wieder viel geschrieben werden wie dramatisch das doch alles ist was ich tatsächlich überhaupt nicht nachvollziehen kann ein kostenloses spiel so dermaßen schlecht zu reden weil es ein bisschen delay hat na klar ubisoft hat sich jetzt nicht mit rum bekleckert weil die das auch mit anderen games schon geschafft haben für die man bezahlen muss keine frage ich bin nach wie vor dennoch der meinung lieber warten bis es nahezu perfekt ist als ein unfertiges spiel zu haben was mit bugs voll gekleistert ist weil die wahrscheinlichkeit wenn es ein monat von mir aus später released wird oder von mir aus zwei monate später die wahrscheinlichkeit dass wir länger spiel spaß an diesem spiel haben ist doch viel viel höher wenn ich zwei monate länger warte als wenn es jetzt released wird und es eine absolute vollkatastrophe ist wo dann jeder sagt wir haben es doch gleich gesagt alles dreck lasst uns call of duty spielen aber und das ist das problem die xdefined hub seite fragt zu recht sollte xdefined lieber im jahr 2024 released werden weil am 10 november kommt das neue call of duty modern warfare 3 aus ich habe die beta getestet sie macht schon echt bock aber das matchmaking ist eine absolute vollkatastrophe und ich muss einfach mal sagen als alter cod veteran 80 prozent der games sind einfach nur harte schwitzer lobbies 20 prozent zerreißt du wenn du relativ ambitioniert call of duty zocken kannst dann zerreißt du schon die ein oder andere lobby und das macht ultra ultra spaß waffen sound geil hitmarker geil sounds alles maps von mw2 und mw3 in der vollversion dann in der beta sind es nur mw2 maps es macht bock es ist anstrengend aber ich möchte bitte ein shooter ohne skill based matchmaking haben und das ist nämlich genau das xdefined bietet genau das zumindest in den public games gibt es kein skill based matchmaking das heißt wir werden über kurzer lang deutlich angenehmere lobbies für alle haben einzig und allein das rank system was auch in xdefined kommen wird völlig kostenlos toll keine 60 euro mensch jawoll und das ist das was wir uns mal einreden müssen es kostet einfach kein geld also bleiben wir alle mal ein bisschen relaxed halten ball flach und alles ist toll weil das strength system wird definitiv ein skill based matchmaking haben weil ohne macht es absolut keinen sinn leute bitte lasst euch aus aber bleibt auf dem teppich bitte es wird trotzdem geil werden wenn es released wird aber ich bin dennoch der meinung so kurz vor release von cod modern warfare 3 ist vielleicht ein bisschen ungünstig deswegen ich würde jetzt kein problem damit haben wenn es vielleicht noch zwei monate auf sich warten lässt ich würde sich dramatisch finden aber ich weiß dass viele von euch da draußen jetzt mega feuer raushauen unwahrscheinlich auch gegen mich wie ich nur sagen kann dass das alles nicht so schlimm ist aber das ist nun mal ein gesunder menschenverstand und sorry wenn das jemand anders sieht ist das ja völlig okay aber ich finde es so so nutzlos es ist einfach nutzlos sich da so sinnlos drüber aufzuregen weil bringt doch eh nix es wird so oder so verschoben punkt da kannst du dich da aufgaben wie du willst so jetzt bin ich aber raus und mit dennoch gespannt was ich gleich alles unter den kommentaren lesen darf haut da rein und ich würde mich dennoch freuen trotz meines energischen auftretens jetzt dass ihr am start bleibt weiter mit xdefined content versorgt werden wollt jetzt jetzt bin ich wirklich ausmacht gut